Neues Jahr, neue Vorsätze. Mehr Sport zu treiben gehört auf jeden Fall zu diesen frommen Wünschen. Doch meist stehen Zeitmangel, gesundheitliche Probleme oder auch einfach der innere Schweinehund der Umsetzung im Weg. Wir haben deshalb getestet, ob ein Personal Training mit Elektromuskel-Simulation, kurz EMS, hier Abhilfe schaffen könnte. Hinter EMS verbiegt sich ein extrem effizientes Ganzkörpertraining mit minimalem Zeitaufwand und persönlicher Betreuung. Zu Beginn bekommen die Kunden schwarze Spezialkleidung ausgehändigt. Dann schlüpft man in eine Weste, die zuvor mit warmem Wasser eingesprüht wird. Hinzu kommen noch Gurte um Arme, Oberschenkel und Lendengegend. Daran und an der Weste sind Elektroden befestigt. Das Training, das einmal in der Woche gemacht werden sollte, dauert 20 Minuten und vergeht in Windeseile.